Mein Name ist Mario Brenner, ich bin Inhaber und Geschäftsführer des Ingenieurbüro Brenner aus Hennef. Wir betreuen die Firma Kloisberg in allen Belangen ihrer Infrastrukturplanung. Hier am Standort in Wisserhof werden ausschließlich Stahlcontainer produziert. Es standen verschiedene Überlegungen an, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und dafür Logistikflächen zu erweitern und hierzu wurden Varianten untersucht. Hier im Hintergrund zu sehen waren Hangbereiche, die zum Werksgelände zugehörig waren und es war die Überlegung, ob man in Terrassen arbeitet oder ob man die Fläche auf einem unteren Niveau erweitert mit entsprechend umfangreichen Erdbewegungen und dazu musste der Hang abgefangen werden. Da die Standortleitung keine Terrassen haben wollte wegen Containerverladung mit Stahlplan und Steigungen auf verschiedenen Ebenen, wollte man das Gelände auf dem unteren Niveau größtmöglich erweitern und dazu musste der Hang abgefangen werden, der auch relativ steil abgeböscht wurde und hier waren Winkelsteine eigentlich die beste Wahl, um eine entsprechende maximale Fläche zu generieren auf der Verladeebene. Bei der Überlegung, welche Systeme kann man hier zur Anwendung bringen, war ganz klar auch die Bauzeit ein Thema und die schnelle Montageoption der Firma Bosch stand hier mit im Fokus und auch die Länge der vorgefertigten Module und dadurch die kompakte Bauzeit würde dazu, dass man sich da eindeutig für das System entschieden hat. Auf jeden Fall, also die gesamte Montage von nahezu 300 Metern Stützwand in zwei Tagen hat hervorragend funktioniert, auch die Vorbereitung. Wir haben sogar aktuell schon ein weiteres Projekt zusammen mit Bosch umgesetzt, da ging es um eine ganz andere Anforderung. Hier wurden dann Stützwände in fünf bis sechs Meter Höhe umgesetzt und auch das hat sehr gut geklappt, wobei natürlich aufgrund der Größe der Elemente dort vor Ort nochmal eine Fußverlängerung, Ortbeton angebracht wurde, aber auch da waren wir sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit.